Da sind wir wieder. Wir müssen ja hoch. Tut jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Alter Mann. Ist ja die olle Brock drin. Wo ist der Brock? Ist okay. Wir gehen gerade aus, Alter. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrist kann ihn wieder erwecken. Bifrist? Bifrist? Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Okay. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrist, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrist dort. Bitteschwommen. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus und nur von hier aus könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neuen umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die Neuen Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrist-Licht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Warnaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Ja. Äh. Ah ja, A und D. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja. Das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötenheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenruhne, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Wir sind bereit. Bringt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus. Und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Oh, kompliziert. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötenheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Glaub nicht, wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Sehr schön. Was? So ein Schick. Rock. Ui. 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 Hm. Nein, 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 nein. Verdammt, noch nicht. Nein! Oh, oh, oh. Oh. Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Band nicht hat, ihr Band ist. Nein! das wäre sie ist nicht tot oder unwahrscheinlich kommen super irgendwas stimmt nicht sieh dich doch mal um bleib bei mir was nichts an wir gucken gleich kurz rüber gucken alles neblich leuchtet was im innern des ich glaube du hast erledigt auf jeden fall nicht unser problem junge zentriere dich wird garantiert unser problem werden nämlich gerade nicht so man überzeugt dass es nicht unser problem ist hier lesen sieh her ja was steht da etwas von einem ewigen krieg um das licht verstehe ich nicht wenn beide seiten es brauchen wieso teilen sie nicht gier ein häufiger grund für krieg wie du merken wirst sie ermorden immer mehr lichtalben es ist krieg oder das ende davon mit den oben haben verloren guter sagt er sicher ja 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 Okay. Weil's Sackgesichter sind. So, Jüngchen. Kannst du was sagen hier? Nö. Hast du was gesagt? Nö, nö, hab ich nicht. Oh, na gut. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Ja, ja, komm mal her, Jüngchen. Oh. Ah! Entschuldigung. Da war doch grad so ein... Virus in der Nase oder so. Hat gegribbelt. Symbol des Mutes? Okay, alles klar. Moment. Ist das Sindri? Ist er wieder. Kompassmarkierung, was? Okay. Ja, ja, jetzt... Komm schon. Kommt aber wieder hier. Ist doch mal Kacke. Aber... Atreos, komm her. Monomente. Läuft, läuft, läuft. So, der Zwerg, was will er denn hier? Tiemann. Tiemann? Ah. Ah. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neulinge erscheint das alles wie Magie. Aber... Ah. Na gut. Es ist Magie. Jetzt zufrieden? Hm. Gehen wir es ab! So, was kann man jetzt alles machen? Jetzt lass mal schauen. Was ist denn das hier? Hä? Ah. Ja... Habe ich jetzt nicht hier irgendwie diese Levitan? Den Fall! Ja... Hey! Ach. Oh, ich, 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 ich... Ich, ich, ich. Okay. Es geht auch... Äh, warte mal. Kann man was für... At... Atreuss... Hütte., äh... Wir kommen nicht. Was denn das hier zauber? Okay. Au. Aber... für siebsten Das habe ich. Okay. Ach, lass mal erst mal. Das muss schon ein richter Knaller sein, dass ich das mache. So, was hast du zu kutschen? Ja. Okay, reicht. Naja. Naja. Ah, also Boot, 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 Boot. Was sagst du? Ich habe nichts gesagt. Wirklich? Na gut. Was hat deine Mutter von dieser Welt erzählt? Nicht viel. Ich höre nichts. Nein. Hm. Unerhört. Halt, 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 halt. Die ist auch da. Okay. Hüppisch. Okay. Hüppisch. Hüppisch. Ja. Hüppisch. 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 Schwimmene Steine. Sieh dir das an, das muss der Ringtempel sein. So, ich soll mit Sicherheit da anlanden. Pass mal. In Alfheim kennt man auch Sunshine. Soll ich lesen? Auf jeden Fall. Kommt fallen. Ohne mich oder in mir, den Tod werde ich dir geben. Doch in dir selbst bin ich das reinste Leben. Aber ich sehe hier nirgendwo ruhen. Wir müssen die Antwort finden. Zurück zum Boot. Auf, auf. Wurde ich nicht runter. Oder irgendwann? Ja. 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 Okay, 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 und da oben. Und auch gleich wieder, scheiße, so jetzt die Frage, ist hier die Möglichkeit, ein bisschen irgendwo hochzukommen. Wäre schon mal schön. Ich denke nicht. Ach. Oh Mann. Was für ein Trauma hier schon wieder. Hier. Ne, kriege ich nicht. Kriege ich nicht. Ich gehe nach vorne. Mein Gott, ey. Komm Jungechen, durch hier. Sei bereit. Erledigt. 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 Kommdi. erstmal da lang einen Dongmach auf jeden fall Nein. Nein. Ah ja. Ja auch. Okay. Also. So. Yes. Mehr Leben. So was von nötig. So. Okay, da kommen wir gar nicht hin. Scheiße, also nur ich da hinten klarkommen. Atreus, komm her. Nicht? Das ist nicht hier den, das ist gut. Ja. Ja. Gucken wir. Ja. Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Komm schon. Komm schon. Alles klar. Ja. Ja, Sie müssen die Korteう. Ja, Sie müssen die Korte durch zurückgehen. Ja, Sie müssen die Korte durchgehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Exsake, können wir nur noch mal machen, noch ein paar? Alles klar. Gut, Leute, wie es weitergeht, nächste Folge, ciao. Gut, Leute, wie es weitergeht, nächste Folge, ciao.